Beide auf, wir setzen das beide hoch. Das heißt beides Minecraft Diamond. Der Unterschied liegt nur im Thumbnail, da ist dann halt, also das Cover, da ist dann halt, bei mir steht da, genau, bei mir steht dann da halt Minecraft Diamond Part Blababab, Salata, Mister und Bratwurst WTF und beim Luki ist das genau andersrum. Hoch. Hoch. Äh, hoch. Quark. Ja. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Wir haben das, was wir heute machen. Werbung, was sie machen, ja nicht jetzt. Wie ich jetzt. Was hat er? Die Besommen sagt mir, so war der deutschen Mann. Hörn die Pro. Junge Nokia, was willst du erwarten? Wenn man Nokia hat, kriegt man mehr SMS oder was? Ja Ja, das macht Sinn Wo bin ich denn hier? Warum ist meine Wand doppelt? Das kann ich dir nicht sagen Danke Was für ein Dumbo Echt? Ja Dann werde ich wohl auch mal auf meinem Heimweg Dann gehe ich jetzt auch erst nach Hause Ich glaube ich rauche mir gleich hier eine Morgens aufnehmen ist irgendwie komisch Ja So ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal Wir haben 5 nach 10 erstmal Guck mal Go, go Ach scheiße Boah der Weg ist voll weit Warte mal So habe ich denn jetzt die Kohle gesehen gehabt? Da war das Die könnte ich ja vielleicht mal mitnehmen Oh 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 ich habe Hunger Ja Ich auch Das war ein Snake Schon wieder eingeführt Verdammt Warum ist die Tür offen? Die Kohle nehme ich wohl mit Huch Da kann ich mit der Kohle kann ich gleich direkt mal das Glas anfangen Ja Ich glaube ich trinke doch ein Bier Mann Ne alter Ne Ich bin voll Lol Nein Ich kann keine Kohle aufnehmen Was schmeiße ich denn jetzt Was schmeiße ich denn jetzt weg alter? Dreck oder Dreck? Stein Ich liege schon im Bett Ja ich brauche noch ein paar Minuten Okay Ich nehme noch eben hier die ganze Kohle mit Ich kann ja wieder aufstehen Fotze Fotze? Ich gehe wieder bei den Tagebau Ne so lange brauche ich auch nicht Äh Ich bin wieder angekommen im Tagebau Boah Du hast hier viel Kohle alter Voll geil Porno So Boah schon wieder Handy oder was? Ne Ich gehe jetzt erstmal gucken hier Was die mir geschrieben haben Oh noch mehr Kohle Das glaube ich ja nicht eh Boah verpiss dich du hinten behinderte Kuh Schlampe du Ich habe einen Tunnel gefunden Fotzenkuh scharf Ah ne Fotzenkuh scharf war ja was anders Manchmal könnte ich echt sauer sein auf meine Freunde Ey ich habe einen Tunnel gefunden Diesmal wirklich Warum? Wieso? Was hat die gemacht? Oh hier ist ein Skeletto Ja hier auch Hallo Skelett ich klatsche einfach mal an dir vorbei Aua Creeper Boah 3 Creeper Nein Haut ab Boah Jede Menge Viechers ey Ich sehe nichts Skelette, Zombies, alles da Ja Sieht voll gut aus Jo Zwei Pfeile im Kopf Mein Gott hüpft er da hoch ey Okay Also ich bin drin Ich komme jetzt auch Man hört es 46 Kohle habe ich gekriegt 46? Jo Nur so vom durch die Gegend rumlatschen da war War halt was Ah Ja toll ey 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 Mein Gott nein Wo kommen die denn jetzt alle her hier Das ist mein Schwer Tot Oh Geil ich bin Level 10 Junge Ich bin Level 0 So pennen gehen komm Oh wir können nicht pennen gehen Aua Aua Scheiß Zombie So jetzt können wir pennen gehen Ja lass die Tür doch offen Ist doch nicht so schlimm Was machst du den? Er hat Punkte gesammelt Oh Interessant Ich brauche Fackeln ich geh jetzt mal hinter Tage Ich gehe schon mal Sand machen Äh Glas machen Creeper Verpiss dich du Wo an so einem Creeper Wo Na hier er läuft hier rum Mach doch ein Kripot ey Nö 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 Ich habe nämlich eine Höhle gefunden. Die wollte ich mal eben doktorieren. Ein bisschen untersuchen. Was wolltest du die? Doktorieren. Doktorieren? Ja, wir müssen mal untersuchen. Das ist ein geiles Wort. Das habe ich auch noch nicht gehört, ey. Ne, kennst du schon den Fackel, Mann? Ne. So. Das ist das. Glas ist dabei. Wobei ich auch Kohle brauchen könnte. Wo ist denn? Ist hier vielleicht noch irgendwo was? Was habe ich jetzt gerade gesagt? Weiß ich nicht. Doktorieren? Ne, was habe ich gesagt? Was könnte ich gebrauchen? Kohle. Kohle gesagt oder Glas? Glas, Kohle, eins von beiden. Ja, weil Glas wollte ich nicht sagen. Ich wollte eigentlich Kohle sagen. Habe ich nicht hier was gesehen? Aha. Lass mal das Ding voll ausleuchten hier, ey. Oh, hier ist Eisen. Alter, ist das eine Höhle, ey. Juhu. Ja, gut, Cave-Action könnten wir auch mal, könnte ich auch mal machen. Ich habe noch eine Höhle gefunden. Hier sind direkt zwei Stück hintereinander. Ja, und ich war natürlich jetzt so clever und, ähm, habe mein Inventar nicht leer gemacht. Alter, hier ist richtig, was los? Ey, was ist das denn jetzt hier? Jede Menge Eisen. Und jede Menge Kohle. Nice. Ja, gut. Jo, wo geht das denn hier runter, Alter? Ich nehme mal die Kohle direkt mit. Ich bin, mir ist gerade aufgefallen, ich bin noch nicht gestorben durch Einwirkung von Zombies, also von Monstern. Nur wegen mir immer. Nur weil du mich umgeboxt hast. Aber noch nicht, weil, äh, weil hier irgendwie ein Creeper hochgebämmt ist oder so. Also, sobald mein Haus so ist, dass ich da drin pennen kann, werde ich auf jeden Fall eine Cave-Action machen. Was ist das? Hm? Was ist das? Ja, einfach Cave, also Höhlen suchen und dann alles abernten, was ich so in den Höhlen finde. Jo, guten Durst. Oh, ey. Das Spiel ist auf Höhe 61. Na, hier ist aber gar nichts. Kommt, Leute, ich brauche Kohle. Was ist das denn hier, ey? Die spitzfacken Fratzen. Aber hier bin ich gerade, boah, bin ich behindert, Alter, da bin ich ja gerade lange gelaufen. Was haben wir denn hier noch so Feines? Hier ist Kies. Na egal, ein bisschen Glas müsste da jetzt ja schon fertig sein. Da kann ich mir schon mal Scheiben draus machen. Aber ich sollte auch mal mein Inventar ein bisschen leeren, zumindest den Sand hier alle wegpacken. Zack, 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 zack. So, die Kohle kann ich aufteilen und da reinballern. Na egal. So, dann machen wir uns mal ein paar Glasscheiben. Ach nee, so war das mit den Glasscheiben, ja stimmt. Das war ja voll der Schwachsinn, was ich vorhin erzählt habe, mit dem aus einem Glasblock vier Glasscheiben. Echt? Ja, irgendwie war das Schwachsinn, glaube ich. So. Ach so, und ähm. Wo ist denn jetzt nochmal der behinderte Mittelpunkt hier? Boah, jetzt komm ich auch mal wieder nach oben. Boah, ist das ein Tunnel, ey. Oh, hier ist ein Enderman. Guck mal nicht, guck mal mal uns mal nicht. Nein! Oh. Was denn? Ich hab die Tür falsch gesetzt. Idiot. So müsste das eigentlich korrekt sein. Hier sind das verdorbenes Fleisch, ne, das esse ich mal besser nicht. Äh, ja, das muss ich aber, glaube ich, so machen. Sonst sieht das nicht aus. Boah. Hast du schon mal Glas fertig, sagst du? Ja, ich hab mir aber auch gerade schon was Glas genommen, also ich weiß jetzt nicht, wie viel, aber das läuft, ja. So in etwa. Ich muss ja erst mal Holz machen. Oh, noch Bier, bestimmt zwei oder eine, zwei Staxys, Stickys, Stickys. Alter, ist das ein Atombunker, ey. Mein Haus. Gib mir auch Sack, du blöde Kuh. Blöde Kuh! Blöde Kuh! Das ist mal dafür geschlagen. Blöde Kuh! Blöde Kuh! Ich hatte Schüttelfrost. Schüttelfrost. Schüttel die rein. Nicht hier runterfallen, das wäre sonst blöd. Geht Glas kaputt. Ne, ne, aber das wäre einfach blöd. Hallo? Ne, ne, nicht du. Was? So. Das sieht schon wieder so scheiß übertrieben aus. Ne? Hahaha. Geil. Ich muss pipi. Cola tut nicht gut, ey. Hä? Achso. So, dann mache ich hier erstmal alles dicht. Mein Dichten, Dichten, Dicht. Ich wünsche mir den Dichten herbei. Was? Egal. Ein Stück Holz kriege ich noch hin. Ne, noch eins. Und noch eins. Und noch eins, 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 und noch eins. So, das mache ich jetzt erstmal hier so zu. Und wenn, dann kann ich nämlich, wenn ich dann schon mal komplett alles zugemacht habe, kann ich auf jeden Fall schon mal, äh, mein Bett hier hinstellen. Okay, jetzt kann ich nämlich erstmal wieder hier, mein Gott, ist das ein Bunker, ey. Hast du gesehen bei mir? Ne. Ne. Muss mal gucken. Ach, die Glasfront? Mhm. Ja, sehr gut aus. Ja, ne? Und das mache ich aber zweistückig, die Glasfront. Also das wird zwei Etagen und komplett Glasfront halt. Ja, jetzt klaue ich mir erstmal ein bisschen Glas hier. Ja, nimm mal. 25 Blöcke ist ja gar nichts. Ne, normalerweise machst du, weißt du, ich weiß, machst du jetzt das Dach damit, oder was? Ja. Ja gut, dann, äh, weil wie du Scheiben machst, weißt du. Ja. So in etwa. Ach, so in etwa, ja. Also, da machst du wie eine Tür, nur auf der Seite liegt. Liegend. Haha, du verbrennst jetzt, du verbrennst jetzt. Au! Aber du schlägst mich noch dabei, oder was? Motherfucker. Motherfucker. So. Brenn doch einfach. Mein Gott, ne. Nix. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das läuft, aber egal, ich mach jetzt erstmal... Ne, das ist nicht, ne. Ach, Mann. Ist doch zum Mäusemüll. Is it dat? Ja. Schaut zum Mäuse zu. So, erstmal ein paar Fackeln setzen.